Hallo Leute, ja, ähm, ein kurzes Update bezüglich meines Videos vor zwei Tagen bezüglich, ja, des Zederfloor Unkrautfrei, ähm, es hat sich nach zwei Tagen doch schon ein bisschen was getan, also das Unkraut verwelkt jetzt schon so langsam und, ja, das möchte ich euch mal eben kurz zeigen, ich meine, es sind zwar nur zwei Tage, aber dafür sieht man schon sehr schnell Fortschritte und das gefällt mir, von daher, das möchte ich euch mal eben kurz zeigen und dann, ja, war's eigentlich auch schon, das soll nur so ein kurzes Update-Video sein, ja, von daher, das seht ihr jetzt mal eben und dann, ja, war's. Und dann, ja, war's.